Hallo liebe Pokofreunde, Ubito wieder hier und ja, im Moment gibt es erstmal nur ein Set pro Tag, weil ich ein bisschen erkältet bin und mich daher dann ein bisschen schone. Heute wieder ein Fun-Team mit Gewaldroh, Sumpex und Epolion. Ja, Gewaldroh sieht man eigentlich recht selten, finde ich eigentlich schade, kommt eigentlich super schnell zu Attacken, das Mon und mal glubschen. Wie sich das gleich so auswirkt, so gegen Dobbin 04. Und Dobbin. Ninoqueen, nicht lustig. Ja, du musst auf Erdkräfte, okay, gehst du nicht. Okay, wir haben wenigstens ein paar Kartaxe mal rausgelockt. Ja, ich werde hier nicht schön. Geh auf dein Kreuz, sieht mir egal. Du gehst auf Nacht, ja du willst Bus fischen, ne? Nee, ich glaube, das geht in Ordnung. Hätte zwar noch eine Aqua-Rubitz wahrscheinlich jetzt geschafft, aber das ist egal. Ja, jetzt kommt der Boost. Hier machen die Drachenklaue, die hier sollte reichen. Okay. Wir schäden einmal. Okay, das ist verloren. Das ist nur ein Body-Slam. Nächster Aqua-Rubitz kommt, aber der Kampf ist eigentlich nicht. Ich habe schon so viel verloren. Weil ich jetzt schon schillen muss. Und der Gegner muss dann nur zu Erdkräfte kommen. Ja, immerhin konnte ich abfangen, das ist schon mal gut. Ja, ich glaube nicht, dass ich das noch gewinne. Ja, muss nicht mal schilden, oder? Musste nicht mal schilden. Ja, jetzt musst du schilden. Also, zwei Schildeflecks kommt, wird nichts. Wird nichts. Ja, schade, schade, dass du noch das Eichhörnchen hattest. Wäre es vielleicht ein anderes Pokémon gewesen? Wäre es noch gewinnbar vielleicht gewesen? Ja, aber was soll ich da machen? Für unklar verloren mit Nidoquin. Ja, vielleicht hätte ich doch gegen Barita-Kardax stehen sollen. Die Führung ist allerdings hier in Ordnung. Du hast nichts Effektives. Ach, ja, genau. Vielen Dank, Server. Vielen, vielen Dank. So, dann gehen wir hier rein. Genau, du wirst dich steigern. Steigern dich ruhig noch mehr. Das ist mir egal. Weil ich sollte zu zwei Aquarobitzen kommen. Nee, ich fände das nicht schön. Ich fände das erst bei Gewalt... Oh, denke mal schön. Genau, jetzt werde ich einmal schillen. So. Nimm das Erofix raus. Das wäre cool. Ja, perfekt. Boah, ja, das Team ist ja wirklich Anti-Empolion. Also, Empolion ist in diesem Team echt nicht gern gesehen, ne? Kann ich auch Empolion gehen. Ich krieg die Aquarobitzen mal raus. Wird dich nicht besiegen, nein? Ja, ich muss hier aber füllen. Ich muss hier leider schon stehen. So wohl aus? Nein. Empolion holt nicht aus. Danke. Vielen Dank. Ja. Ja, ja, schade. Zur Drachenklaue bin ich nicht mehr gekommen. Die hätte wahrscheinlich auch nicht mehr gereicht. Ja, mit Empolion konnte ich jetzt in diesem Team hier echt nichts anfangen, ne? Mit zwei, ähm, ja. Also, mit drei Empolion konnte er, äh, schwierig. Klar, ich mache auch effektiven Schaden gegen, ähm, Galar Flunschlik. Äh, nicht Galar Flunschlik, gegen normale Flunschlik. Aber, ja, doof, trotzdem. So. Echt, na toll, okay. Wir haben irgendwas abgefangen. Findest du auch noch. Ja, die macht nicht so viel. Ja, hier würde ich jetzt gerne schon einmal schilden. War auch ein guter Schild. Ja, das ist okay. so geht es gleich die laubklinge ok dann so peck das perfekt ja die beiden kommt schnell zu den attacken und schaden raus hallo hallo ich hole mal noch mal aus ja ich hätte vielleicht den schild einfach aufgeben sollen aber das ist hier ein gewaltruhvideo und geballerum macht es auch das ist auch ungewöhnlich sumpex echt toll und hier siehst du ein dass du das verloren hast perfekt also hier war der match wenn er wirklich gewaltruh war zwei pokémon gekillt das ist ordentlich gern mehr so was so kampf beginnt gegen takuhoff takuhoff reeeelaxo schwierig ja ja coolen bodyslam auf in polen abzufangen ne ok du schildest gleich perfekt ach ich muss aufschäden so wir können es aber hier mit irgendwie aussagen hoffentlich war das jetzt nicht wieder ein gleichstand ne ich kann das bei galaxo mit schlecker echt nicht abschätzen natürlich war es ein gleichstand ach man ja dann kann ich nochmal schilden so guck dir das nochmal man sollte das relaxo hier raus nehmen ne so guck dir das nochmal ja ja ich hoffe du hast ein sumpex hinten ja saurespeierbarung klar nein das sind geratina was nicht gut ist aber ich habe mein geteirrohr dann noch zum abfangen genau na du wirst eh nur auf drachenklaue gehen ne ne du bist noch schattenstoß ok die braucht energie ja ich werde hier jetzt gut schaden fressen was los ist allerdings kann ich gleich auf aqua hobbitse gehen und die aqua hobbitse sollte eigentlich in der theorie reichen ne und die aqua hobbitse sollte eigentlich in der theorie reichen ne ja schön dass du noch in slime hob gegangen bist weil da wusste ich genau dass ich da noch ein bisschen mehr energie rausholen kann ja und dann slime hob erdbeben weg und den geratina halt aqua hobbitse weg so nächster kampf mhm ja schlaraffe ist in ordnung ja ich kriege auch die extra attacke was gut ist ja du bist leider auch die extra attacke das war doof geteilt von mir mhm muss doch nicht mehr schön also doch jetzt musst du schön und ich werde nicht schön mhm muss nochmal einsetzen ja das ist gut das ist sogar sehr sehr gut ja ich farme glaube ich hier runter ich glaube ich farme hier runter das ist der farme down tut weh allerdings gehe ich jetzt drachen clown unter ja ich glaube du hast nicht ausgeholt ne doch hast du du hast unsichtbar ausgeholt schade aber ich kann jetzt hier rüber ja muss natürlich hier schön ja so war klar und wir gehen als erstes gleich auf erdbeben genau das erste geht durch mhm 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 soo wie mache ich das schnell hier rüber da mhm mhm perfekt du setzt ein das ist gut jhm ich komme eigentlich noch mal zu einer aquaropize ne Allerdings dürfte deine Energie noch nicht angekommen sein, oder? Komm, Sophex, Sophex, du rockst das. Perfekt. Perfekt. Und das wird ein positives Set wahrscheinlich. Ja. Perfekt positives Set, das ist die Hauptsache. Puh. Trotzdem habe ich echt geschwitzt. Wir sammeln die Belohnung ein und kriegen einen Mangunior. Und ich hoffe, Mangunior bleibt auch gleich wieder. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Kein Hunderter leider, schade. Sternstopp holen wir auch ab. Aber für die Folge soll das jetzt auch gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.